Ich habe zum Beispiel den ganzen Tag ein komisches Gefühl, oder ein schlechtes Gefühl, weil wir heute Morgen nicht gebetet haben beim Frühstück. Ihr betet uns jeden Morgen beim Frühstück? Jeden Morgen? Mit den Kindern? Und abends auch? Ja, aber nicht stundenlang da. Aber das ist auch, wir wollen uns schon bedanken für das, was wir haben. Und das finde ich normal, eine gewisse Demut, oder den Kindern auch immer zu zeigen, wie gut es uns eigentlich geht.